Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Second Samurai und da geht schon direkt die Demo los, meine Herren. Ja, heute am, was haben wir denn heute? Den 12.01.2016, einen Tag später. Ja, ich habe nämlich richtig Bock aufzunehmen. Hoffe mal, dass hier auch alles so ohne weiteres läuft. Und ich habe eine gute Nachricht, denn wenn ich es jetzt schaffe, dieses Passwort hier einzugeben, wo ich gestern ein paar Problemen hatte, ich habe direkt mal getestet. Moment, wenn wir mal hier eingehen. D, T, das Z, englische Tastatur, dran denken. K, H, Y, M. Scheiße, ich kann es nicht mehr lesen. Fuck it. Was steht da? Äh, wie viel habe ich denn noch? Ach, nur noch ein, okay. Fünf. Jetzt muss ich eigentlich... Moment. Jawoll! Haben wir geschafft. Und wenn wir jetzt weiterspielen, passt auf. Okay, wir sind zwar im falschen Level. Ah, wir haben wieder sieben Leben. Wir haben wieder sieben Leben und ich bring mich direkt selbst um. Ja, super. Gut. Ja, auf jeden Fall, ähm, wir sind ja gar nicht mehr so weit vom Ziel weg. So doof es klingen mag. Äh, wir haben zwar jetzt eine Aufnahme gemacht, aber es heißt ja nichts. Ich würde sagen, wir holen uns erst mal direkt das Schwert. Ah, die Mucke ist so schön. Ich habe jetzt mal den Zaun ein bisschen lauter gemacht. Unwesentlich aber. Also ungefähr 10%. Ähm. Ich hoffe, ihr hört jetzt ein bisschen mehr, weil ich hatte gestern die Anlage sehr laut. Und habe deswegen gedacht, oh mein Gott, den Zuschauern explodieren jetzt wahrscheinlich die Ohren. Aber, oh fuck! Ich verliere gleich direkt mein erstes Faktivleben. Kann nicht sein hier. Komm, bleib hier, du Sau. Ich brauche ein Hähnchen. Jetzt schon. Ja. Ich wirtschafte nicht gut mit meiner Energie. Okay, komm. Ich weiß immer nicht, wofür das Gerät gut ist. Ernsthaft. Ja, okay. Dann kann ich einmal den hier runterholen. Rune! Ja, komm, Runa. Nicht da lang. Bist du denn des Wahnsinns? Die wüsste ich viel doch da hin. Och, nö. Ja, irgendwie macht den kaputt, aber der kommt jetzt auch wieder zurück, ne? Ja, geil. Ich glaube, der kann mir auch wehtun, wenn ich da im Weg stehe. Bin mir da jetzt nicht ganz zu sicher. Kann sein, dass ich das gestern schon mal unfreiwilligerweise demonstriert habe, aber dann ist es halt so. Ach so, das war die Scheiße. Tosams! So, einmal hoch. Up, up and away! So, okay. Kriegen wir alle hin? Ok, haben wir gut gemacht Ich bin mir nicht ganz sicher Ich meine, ich wollte eigentlich, also eigentlich wollte ich Bitte nochmal, äh, durchforsten Moment Äh, 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 wir können es nicht mitnehmen Was ist denn für ne Kacke Ich brauche hier doch meinen scheiß Helikopterkack Och nö Wo ist hier irgendwo vielleicht ein Stein? Das wäre natürlich fett Aber so wie es aussieht nicht, ich dachte eigentlich, wir können das mitnehmen Alter Wow, also mal Geht's noch Ok, kommen wir jetzt da jetzt Ein Hähnchen, mhm, schön War hier schon der Entgegner? Zwei zieht der ab? Was? Zwei komplette Herzen? Das glaube ich jetzt aber nicht Das ist aber schon ein bisschen arg viel Ok, den kriegen wir, schön Aber ich will den da haben, das ist ein extra Leben Ich will da hin Oh, Mann, oh, okay Ich glaube, es kommt schon der Entgegner, diese lustige Pflanze Die wir letztes Mal auch schon bekämpft haben Ähm, ich weiß jetzt nur nicht mehr genau wie die funktioniert Wir müssen erstmal die Füße kaputt kloppen Bums Kaputt machen Und weglaufen Und kaputt machen Und weglaufen Brauchen wir nicht mehr, okay Ah Haben wir gut gemacht Das Bein muss sterben Dankeschön Ich mag das Spielvolle Kanne Also ich mag das eigentlich doch schon ein bisschen mehr als den ersten Teil Wo ich vom ersten Teil wirklich sehr Also wirklich mehr als überrascht war aufgrund der Spieltiefe Die ist es auf einmal mit dem Boot Ähm, fand ich wirklich nicht schlecht Ähm, also ich habe auf jeden Fall mit weniger gerechnet Weil das ist ja hier wirklich sehr Arcade-lastig und um einiges kürzer So will ich mal behaupten Ich glaube für den ersten Teil habe ich auch um die, weiß nicht, paar und zwanzig Parts gebraucht Auf jeden Fall vielleicht sogar um die dreißig Ich weiß es nicht mehr Und hier könnte ich schon wirklich, äh, die Wahrscheinlichkeit zumindest sehen Je nachdem wir uns ein- und anstellen Ähm, dass wir es vielleicht sogar heute schon schaffen Ich weiß es nicht Das Schlimme ist nur Ah, wenn ich hier mit Flaps aufnehme, ne Also ab und zu ist die FPS-Anzeige da und ab und zu nicht Und wenn ich dann den Aufnahmeknopf drücke Und mein Rechner, äh, sagt, okay, ich arbeite gerade Dann denke ich auch, dass er arbeitet und aufnimmt Ich hoffe mal nur, dass es auch alles Taco ist Und dass auch meine Stimme aufgenommen wird Ah, für alle Fälle, ich habe das Passwort ja da Komm, komm, mach auf! Scheiße Ja, okay, warten wir halt nochmal ne Runde ab Ja, wir hatten Perfekt, ich glaube nicht, weil jetzt kommt ja gleich nochmal die andere Augen Scheiße Ja, komm, stirb Ja, ist okay Ist okay Wenn ich mich nicht irre, ne Ja genau, jetzt spuckst du hier den Kram da weg Weg, weg Ah, direkt zwei weg Wunderbar Ja, da ist mir ein bisschen zu viel Action da hinten Ich habe übrigens jetzt momentan ein Handyspiel Da hänge ich ein bisschen drauf fest Hätte ich nicht gedacht, dass das bei Handyspielen bei mir funktioniert Oh mein Gott! Aber ich dachte, ich fische den aus dem Luft Ach, leck mich doch So Und zwar Castle Clash, ja Ich gehe den ganzen Usern da tierisch auf den Sack Indem ich einfach die ganzen deren Basen kaputt mache und Gold klaue Ist ganz cool, muss ich sagen Ist auch umsonst, aber da kann man natürlich Geld ausgeben Muss man aber nicht, mache ich auch nicht Naja, wenn Sachen umsonst sind, dann bleiben die für mich umsonst Dafür ertrage ich die Werbung und unterstützt Damit die Entwickler des Spiels Ist eigentlich so ein ganz dummes, äh Standard Handyspiel Ich bin ja jetzt nicht so firm drin Also einfach nur umsonst, man muss warten Und dann kriegt man da Gold Und dann macht man noch mehr tolle Sachen Und dann kriegt man wieder Gold Und irgendwann dauert das total lange Bis man weiterhin aufleveln kann Ihr kennt es ja, ihr kennt es So, okay Sind wir gleich am Ende Finde ich aber auch interessant beim Spiel, dass man Passwörter für bereits abgeschlossene Level bekommt Und nicht für den, äh, Status als solcher Also wenn ich das Level jetzt schaffe Dann würde ich eigentlich erwarten, ich würde das Passwort vom nächsten Level bekommen Ist aber offensichtlich nicht so Ja, komm, wo muss ich den ganzen Scheiß-Level jetzt mal bekommen? Kriege ich ein grünes Buch? Ein grünes Buch fände ich jetzt ganz geil Ich bekomme keins Dankeschön, du Arsch Toll Hey, ich habe ein anderes Passwort Äh, okay, gut Hatte ich das vorher schon? Ich weiß es nicht Ich habe extra im alten Video geguckt, aber vielleicht habe ich mich auch einfach nur vertan Ich glaube, so einen Technik-Level habe ich ja noch gar nicht geschafft Ich habe zwar diese lustige Wand als Endgegner gehabt, das weiß ich Ich habe so ein ganz, ganz, ganz dozentes rotes Licht Oh, was mich aber immer abfuckt, ist, dass ich meine scheiß Schwerter verliere Bombs Alter, wie viele, äh, Dinger zum Zerstören ist, dass es hier offensichtlich gibt Aua, ein Ding kaputt, Mensch Kann nicht so schwer sein Ich will ein Hähnchen Gib mir ein Hähnchen Oder auch nicht Pong pong Ja, komm Hallo Ach, ich kann das da unten kaputt machen, ne? Naja Aber das Schöne ist, ich habe jetzt auf jeden Fall die Tastatur etwas klüger, äh, platziert Sodass ich auch drankomme Ist hier vielleicht noch irgendwas? Ne, okay Ich hoffe, ich höre das auch nicht zu laut hier mit meinem, äh, rumgezumpel hier mit dem Joystick Ach, guck mal Was bringt mir der Totenschädel? Tötet der mich direkt? Moment Ich hole mir grad mal mein Schavert Ho! Dankeschön Mein Schavert Hallo Kannst du einsammeln Hallo Oh Mein Gott Okay Weißgesicht Jetzt ist es glücklich hier Achso Man sollte vielleicht das da oben auch mal kaputt machen Ich will keine Äpfel haben Ich will ein gutes Buch haben Für die Scheiße die mich hier noch erwartet Ui Ah, verflucht Hast du ein Glück Moment Okay, da muss man einmal cool sein So, und zack Oh, wie schlecht Wie schlecht, ey Ist ja lächerlich, was ich hier treib Ach, guck mal Don't fall Okay, ich habe nicht mehr allzu viel Energie Finde ich jetzt persönlich eigentlich nicht so erbaulich Ui Nein, nein, nein Geh kaputt Okay, danke Ja, Direct Damage ist hier schon nicht ganz wenig Okay, Moment, machen wir den nochmal kaputt Ist aber so ein Kackrhythmus, ne Kommt, macht das Ding kaputt, danke Hoi Man kann, äh, es gibt übrigens zwei Möglichkeiten zu schlagen Wenn man drückt ohne den Knopf Oder man drückt die Richtung dazu Da kann man nämlich auch hier die ganzen lustigen Schläge machen Und auch diesen Blockmove, was auch immer der bedeutet Ah, okay, jetzt kommt hier dieser Lieb of Faith Hau bloß ab Komm, mach das Ding kaputt, danke Okay Hältchen, nein Apfel, na gut Ah, ist ja fast das gleiche Och du Oh Gott Hau ab, ey Ich find's cool, wenn ich denn schon so ein Buch hab, dass mir das einfach Energie geben würde Ist leider nicht so Was passiert jetzt? Nichts Hm, danke Penner Okay 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 und Ja gut, dann machen wir den schon mal kaputt Oh fuck, fuck Okay Bin soweit Bam, 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 bam Okay nochmal hoch Eih, doch nicht hoch Ich hab so ein bisschen befürchtet, dass es so wie bei Mega Man ist, dass es mal einfach direkt Schrott ist dann Okay, hast gewonnen Ah, komm ich da vielleicht Ne, komm ich leider nicht dran Aber es ist schon kaputt zu gehen Jetzt kommt die Scheißstelle, glaub ich, ne Wenn ich mich nicht irre Krieg ich noch ein bisschen, ein bisschen Hähnchen oder so? Nein? Danke Das Spiel ist nicht sehr nett zu mir Also gönnt mir einfach mal gar nichts Wie komm ich da hin? Ah, Heli Hell of a copter, glaub ich, ne Ist dann irgendwie so ein Scheiß Okay und Hojo Halleluja Oh mein Gott Haut ab Haut ab Ja, ich will noch mehr haben Gib mir noch mehr Äpfel Boah, ist die geizig, ne Meine Herren, okay Eine Nein, 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 nein Oh nein, 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 nein Ich bin tot Lächerlich Ernsthaft Hm Wie soll ich das Bösenleben bekommen? Oh ne Scheiß, ne Ich hol mir jetzt gerade mal mal jeder Schicke Buch es soll lächerlich ist das und tschüss ja gut da kann ich jetzt hier erst mal schön rum eiern und hoffen dass ich in irgendeiner form schaffe ja okay das große krieg ich als kann doch nicht angehen zwei leben verdäppelt ja verdäppelt ihr habt schon richtig gehört ich bin dagegen gelaufen und das tut so weh drei leben noch schön ich krieg das nicht mehr hin ich glaub's nicht okay und lauf danke nein ich muss hier zurück okay ist ja ganz gut funktioniert also es ist aber knapp bemessen okay und lauf ganz gut da oben scheiße ich halt einfach mal bei dem kriegt das einfach nicht hin ich verstehe es nicht ernsthaft und er ballert mich immer an den allerersten wieder zurück das ist so scheiße ich will dieses level wenigstens noch schaffen kommst du gönnst mir bitte ernsthaft okay die breite oder solide ich mit dem so problem ich verstehe ernsthaft nicht okay super okay zwei noch offensichtlich nicht mal lieber den hier machen machen wir es einfach mal das ist sogar zehn man kann die abstellen offensichtlich das heißt kann man hinter das bruschen holen okay oh mein gott ja ich kann mir ein bisschen ins höschen ihr habt da schon recht so ok 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 lauf perfekt oh mein gott wie hab ich das denn geschafft ein hähnchen noch nicht gleich ach und wieder sowas hier oh mein gott ok ja ist eigentlich nicht das problem ist hier mit den förderbändern man kann einfach so laufen wenn wir so ein bisschen hüpfen müsste ich sagen yo alter nicht schlecht für diesel ok machen wir noch mal den hier kannst du mal ruhig ruhig ich muss runter der hat mir die förderbänder wahrscheinlich über den arsch gerettet ja vielen dank komm hau ab hau ab hau ab hau ab hau ab danke ich brauche ein helikopter nein ok und du bist ein dr wiley also so 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 ganz wenig ne weiß ich wie ich da auf diese es gibt es ein jetpack oh nö alter ok aber war man war man wie geil ist das denn stimmt da gab es was ja ich erinnere mich dunkel ok aber das ist wahrscheinlich noch die baller baff 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 oh ja die sind da ok ich lass sie einfach mal in frieden ne was passiert da mit denen da so da hier so oben da so perfekt ok schon mal ein paar sternchen gibt diesen boss damit hier mit mit dem jetpack fände ich ganz cool ach du heilige das ist das schnell ich muss da rein aha 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 das ist wahrscheinlich die overpowered speed of motherfucking irgendwas siebasonic g und dos actually ach du heilige was ist das schnell Die Musik ist ja schrecklich Die kennen wir doch schon, ne? Hier von den Highscore-Eingaben Die Asteroids, oder was? Uiuiui, okay Bringen wir das eigentlich nicht allzu viel, wenn ich die zerstöre Abgesehen von Punkten wahrscheinlich Und da ich durch die Blut kein Leben bekomme, ist es eigentlich eher kontraproduktiv, was ich da tue Aber dann ist es halt so Ich kriege noch ein paar Bonus-Leben dazu Ich will sie alle zerstören Kann ich eigentlich schon knicken, weil ich hab schon ein paar übersehen Ich baller gerade so den Knopf Das ist das Filmstreifen, oder was? Ich hab das Gefühl, es kommt sowas von hinten Ah, nee, okay, man sieht ja einfach nicht mehr so gut, okay Okay, hier bist du gleich, bist du noch ein geilen Boss, oder? Aber der Hintergrund ist auch ein bisschen fies, ne? Man sieht, geht quasi farblich mit den kleinen, äh, Asteroiden-Uber Ja, okay, den kannst du nicht mehr erreicht Was ist jetzt? Mein Weg Okay Okay Ich glaube, ich gebe mir so ein bisschen weiße Magila her, oder? Kann das sein? Aber habe ich jetzt einfach zwei übersehen Ja, okay, die geben wir noch nichts hier War nur pure Einbildung Okay, dann haben wir auch erwischt Oh, ey, es geht aufs Handgelenk, ne? Ohne Scheiß Das ganze Gekloppe hier Uiih, wo bist du denn, Alter? Hau ab! Ey, ey, sag mal Ja, ich kann mich nicht noch, ich kann mich wohl umdrehen, ich weiß noch nicht wie Ah, zweimal drücken, okay Uiih! Drehst du mich hoch, oh, Alter, ich guck mal am Kackreiz Ja, er ist tot Oh, Alter, Faller Das war's jetzt aber, ne? Das war doch jetzt hier Ach, guck mal, es war's tatsächlich Gott sei Dank, okay Hä? Oh, erst mal die Handgelenke so ein bisschen ausschütteln Ja, es kommt offensichtlich nicht mehr allzu viel Ich weiß es aber nicht Ich kann mich da leider nicht mehr wie ich daran erinnern Technik Ach Uiih! Eih, sag mal Okay, jedes Mal, wenn ich ihn treffe, schießt er Das ist relativ beschissen Müssen wir einfach den hier machen Oder einmal Bombs Okay, alles klar Ihr respawnt nicht Oh, lebt Ich will das Leben gerne haben Ach, du Scheiße, okay Hab ich verstanden Glaube ich Vielleicht auch nicht Werden wir sehen Uiih, okay Ich muss irgendwie Hä? Uiih Ich versteh's nicht Sorry Also, da komm ich ja eindeutig nicht durch Da muss ich auf jeden Fall irgendwie Aber den Jetpack brauche ich auf der rechten Seite Sorry, ich bin zu doof Ich kann einfach mal springen Uiih Eilige Kacke Wie hab ich das denn geschafft? Ich weiß es nicht Ja, ist okay, ist okay Komm, tötet ihn, tötet ihn Badass, motherfucker Ach, guck mal, da ist ja Da ist doch hier der Hebel des Glücks Tongs Okay, hier gibt's nicht allzu viele von diesen weißen Dingern Zack Oder auch doch Oh, fuck Moment Ah, okay Da brauchen wir den Jetpack für Moment Aber wir haben ja auch hier unser lustiges Messer Was wir eh nicht benutzen Uiih Uiih Töne